hallöchen ich bin heute mit der hier beim rohkost potluck und in leipzig und da habe ich sie mir geschnappt zur seite genommen um sie für meine rubrik 5 fragen an zu interviewen da gibt es auch eine playlist könnt ihr mal reinschauen wen ich da schon alles so gefragt habe und die fragen sind immer die selbst selben ich weiß jetzt noch nicht welche das sind und bevor ich damit anfangen magst du ein paar worte zu dir sagen hast du auch ein youtube kanal einen blog was was machst du da so ja also bei mir ist es alles aus aus spaß und auch aus der motivation entstanden ich studiere eigentlich zahlmedizin und mache das nebenbei so ja weil es mir freude bereitet und habe angefangen letzten jahres im blog zu starten da mache ich auch ganz viel so mit rezepten vor allem auch mit rohkost rezepten sehr leckere und da interessiert mich auch total für die fotografie deswegen sind die bilder auch dementsprechend aus unbedingt ankommt könnt ihr gerne mal vorbeischauen ja und youtube habe ich jetzt auch angefangen aber naja das ist jetzt nicht so das was ich eigentlich machen möchte und habe jetzt auch jetzt die zeit jetzt nicht dazu aber mal gucken wie es sich da gibt und wenn man es nicht aus freude macht dann denke ich mal auch es ist auch nicht der richtige weg genau ja ansonsten interessiere ich mich auch so für ernährung für die zahngesundheit auch für das ganzheitliche und ja so viel zu mir erst mal danke für den kleinen einblick genau dann lege ich mal los mit der ersten frage okay habe ich denn auch noch bedenkzeit ja du kannst dir keine schlaue antwort überlegen schlaue antwort oder eine poetische oder wie auch immer ja also die erste frage ist so ein bisschen zu deinem weg wie wie bist du so darauf gekommen dir gedanken zu machen und so bewusster zu werden zu dich bewusster zu ernähren und so gab es irgendwie so ein auslöser oder wie fing das an kannst du dich daran erinnern ja definitiv also wendepunkt bei mir war dann wirklich dass ich 2015 bin ich halt so in der art auch essstörung geraten das heißt ich hatte überhaupt gar keine freude mehr gehabt am essen ich habe wirklich kalorien gezählt und das hat mir echt überhaupt überhaupt gar nicht gut und dann bin ich ja durch ihn durch den zufall auf das rohkostverklage neipzig gekommen und habe halt so gesehen ja was sie da essen wie interessiert sie sich dann auch sind die menschen für für ernährung für gesunde ernährung und das war dann auch so so ein umdenken bei mir was dann stattgefunden hat dass ich dann doch in die rohkost dann mehr gehen möchte einfach um mich selber zu erfahren und weil das auch für mich ein neuster raum war und habe dann gemerkt wie viel spaß mir das auch bereitet hat und ich habe auch wieder angefangen mit genuss zu essen und da hat mir die rohkost wirklich sehr geholfen und ja durch die rohkost hatte ich dann auch das gefühl dass mein bewusstsein sich dann noch mehr erweitert hat ich habe viele dinge dann auch intensiver wahrgenommen und auch viel viel mehr und auch viel bewusster und das fand ich immer schön dass der prozess dann am laufen war und jetzt immer noch am laufen ist und man erfährt sich immer wieder aufs neue neu und das finde ich eben auch schön genau und eigentlich durch die rohkost bin ich dann auf den weg des buchseins werden gekommen ich finde ich sehr spannend so dass du ändern du änderst einen detail an deinem leben so mit dem essen was ja ein großer teil ist und dann geht es in alle bereiche bei manchen fängt es wie gesagt mit der ernährung an manche gehen halt gleich in in dieses bewusstsein rein und dann erst in die ernährung also ganz spannend wie viele menschen dann auch den weg dann sich selber erfahren auch bei mir war es ja so dass ich halt erst über die psyche angefangen habe natürlich als meinem beruf als heilpackigerin und ich da halt eher so psychosomatisch halt an die krankheiten rangegangen und dadurch halt also drin war also gibt wirklich so viele menschen so viele wege und jetzt wo du das gesagt hast du 2015 da beim rohkost potluck halt hier angefangen hast ich kann mich noch ganz genau erinnern als du wie du da mit deinen sachen kamst du hast glaube ich zwei freunde dabei und so du hattest auch mal so panda bären oder irgendwie so bärchen gemacht da hat man sich noch richtig mühe gegeben und jetzt bei dem potluck was ist man jetzt einfach nur obst und gemüse so wie es in der natur vorkommt genau und das finde ich aber auch total schön dass man jetzt nicht so so viel dem essen jetzt die aufmerksamkeit gibt sondern einfach nur auch dieses dieses turm herum dass man sich mit den menschen umgeht dass man auch mit den menschen sich austauschen kann und nicht dass das essen im vordergrund steht und das finde ich auch richtig wichtig und das ist auch so ein riesen thema bei mir mit dem sozialen aspekt eine schöne überleitung für meine nächste frage als hätte ich es gewusst nicht nutze ich greife das jetzt einfach mal auf was was ist dir wichtig im leben so aspekte die die du wert legst ja also muss ich derzeit sagen dass der soziale aspekt auch gerade so ein riesen thema bei mir ich bei mir ist dass ich auch das ist halt total witzig weil ich bin jetzt gerade auch so ein bisschen in in so einer umbruchsphase das heißt ich habe mich ja wirklich jetzt fast zwei jahre von veganer rohkost beziehungsweise hat mich da dafür interessiert und anfang 2016 habe ich das ja dann komplett durchgezogen bis vor kurzem und ich habe aber gemerkt dass ich mich da nur noch im kreis drehe das ist nicht mehr so dieses dieser dieser systeme ernährung das ist nicht das wichtigste für mich im leben ist weil viele die identifizieren sich dann damit und es wird dann auch manchmal krankhaft und da merkt man die redner nur noch von ernährung und nur noch und befinden sich dann nur noch in dem bereich wo ich mir denke hey wo ist denn eure lebensfreude jetzt auf einmal hin und auch dieser dieser auch dieser genuss am essen und das hat mir dann auch in der zeit so total gefehlt und ich wollte es immer nicht wahrhaben weil ich mir dann auch gesagt habe naja rohkost jetzt habe ich einmal damit angefangen jetzt möchte ich gerne durchziehen und das war aber das hat sich dann nicht mehr richtig angefühlt und auch immer diesen glaubenssatz naja das ist jetzt nicht ist jetzt nicht roh deswegen erlaubst du es dir jetzt nicht mal gekaufte pflanzenmilch zu trinken weil es halt eben nicht roh ist und deshalb sagt nee ich möchte mich von den von den genannten einfach loslösen und das wichtigste für mich ist dann auch dass man auch in gesellschaft zufrieden ist glücklich und auch die anderen daran teilhaben lässt und dass man nicht so so dogmatisch rangeht und sagt naja gut jetzt ist man bei der rohkost bleibt man jetzt immer dabei und du bringst das jetzt damit in zusammen oder dein ausgangspunkt war ja das sozusagen das soziale und du hast jetzt das gefühl wo du dich quasi mehr öffnest wieder dass du sozusagen mehr vegane also so gekocht oder zubereitete sachen auch ist dass du da kompatibler irgendwie mit mehr menschen ist oder wie wieso hast du das jetzt so in zusammenhang gebracht quasi dass du jetzt nicht mehr dich roh komplett roh ernährst das öffnet für mich dann auch auch verschiedene türen und auch andere welten weil ich auch gemerkt habe man selber ist trotzdem irgendwo in irgendeiner sache immer noch total unbewusst man kann vielleicht ein was total perfekt machen aber auf der anderen seite weiß man gar nicht so vom leben das finde ich halt so ein bisschen schade weil man sich dann so streng nur für die ernährung interessiert und vor allem nur auf die gesundheit aus ist und das war für mich dann auch so so eine sache weil ich nicht durch irgendeine krankheit oder krankheitsbedingt so wirklich in die rohkost da reingeutscht bin sondern ich habe für mich dann erfahren dass durch die rohkost ich dann diese lebensfreude wieder erhalten habe und dieser jetzt wieder da und dann ist für mich jetzt die rohkost abgeschlossen und ich kann ich kann mit meinem gewissen dann auch vereinbaren wenn ich mal was gekochtes esse oder wenn ich da mal irgendwas irgendwas auch genieße was industriell verarbeitet ist sei es dann irgendwann stück veganen kuchen oder so wo ich mir dann auch denkt naja es ist echt lecker und ich nehme den kuchen so an wie er ist und ohne gedanken darüber zu verschwenden herr mein gott was ist jetzt drin und ist es jetzt überhaupt gut genug für mich auch für meinen körper und ich bin der meinung mein körper der das schafft einiges da bin ich jetzt auch nicht mehr so so streng und sagt zu mir selber dann nee ich es ist jetzt nicht ja ich habe gemerkt so bei dem was du gesprochen hast bin sehr berührt so das finde ich voll den voll die wichtige aussage so ich danke dir ja dafür die die zweite frage ist die dritte frage ist drei dinge die dir kraft geben was würdest du was bei dir da ein also kraft geben ja auf jeden fall die menschen die mich umgeben die ich auch wirklich zu 100 prozent auch voll vertrauen kann und wie ich auch von ganzem herzen liebe und die geben ja auf jeden fall richtig viel kraft jetzt auch auch jetzt bei der bei der umkunftsphase wo ich mir dann auch so gedanken darüber gemacht habe mein gott das andere darüber denken und vielleicht wer wird mich das dann auch auf irgendeine weise verletzen wenn ich jetzt sage dass ich jetzt doch nicht so zu meiner meinung stehe und dann helfen mir dann menschen wirklich sehr den ich das so anvertrauen kann dass ich sagen kann mir hey so sieht es gerade aus in meinem leben und das ist dann vollkommen okay ich kann so sein wie ich bin und es ist es ist egal was ich mache oder wie ich mich behalte ich weiß dass sie zu mir stehen und ich weiß dass sie mich noch so annehmen wie ich bin und das ist echt wo ich dann richtig kraft schöpfen kann menschen die ich vertrauen kann und die mich dann auch so lieben das ist geschenkt das ist echt richtig das hat man auch so selten auch so freundschaften hat man so selten dass die so auch so tief sind weißt du manche freundschaften sind so oberflächlich und man geht vielleicht mit dem mal irgendwo hin und redet dann ja auch ein bisschen small talk aber so diese tiefe und diese diese verbundenheit die fehlt bei mir dann auch weil sie bei vielen deswegen hatte ich auch immer so schwer gehabt dann so freundschaften zu knüpfen weil mir diese tiefe gefehlt hat da bin ich voll auf deiner wellen dinge auch so auch tiefe beziehungen und freundschaften auch unheimlich wichtig geworden weil ich wie gesagt ich kann das gefühl überhaupt nicht und jetzt wo es da ist da möchte man natürlich das auch aufrechterhalten ja und das zweite durch kraft schöpfe ist dass ich mir auch selber erlaube ich erlaube mir selber die zeit für mich dann auch zu nehmen ist mir auch wirklich mal etwas gönne zum beispiel sei es mal die sachsentherme gehen oder so oder einfach so dinge zu tun die mir total viel spaß machen die ich aber schon seit längerem nicht mehr gemacht habe und da schöpfe ich dann auch kraft daraus und das dritte ist einfach den moment den man hat so zu genießen genießen und auch so bewusst wahrzunehmen und einfach innehalten und einfach mag auch kurz selbst reflektieren und bewusst und vor allem in dem moment dann auch bewusst atmen dass das ist bei mir auch so ein so ein thema dass dieses wusste atmen das gibt mir auch schon so viel dass man wirklich mal nichts tut und einfach mal in sich hineingeht und tief durchatmet also bewusst atmen heißt für dich sozusagen du gehst mit der ganzen aufmerksamkeit zu deinem atmen und da bekomme ich auch so ein flech daraus und es fühlt sich richtig gut an ja bist du bereit für die vierte frage ja 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 hier kriegt das ja gar nicht mit aber hier sind so viele möglichen wir versuchen das die ganze zeit zu ignorieren unterdrücken aber ja man gucken vielleicht kannst du ein bisschen schneller antworten wir stehen das hier schon durch die geschwindigkeit ein bisschen nein ich bremse mich die ganze zeit gerade du gibst mir so viele punkte wo ich irgendwie einen so nachfragen möchte aber ich würde es jetzt hier auch nicht so weit ausdehnen die vierte frage ist ob du oder was für einen tipp hättest du für die menschen die das jetzt schauen für ein zufriedenes leben sich selbst zu lieben sich selbst zu lieben ja es erst als erstes ist wirklich diese selbstliebe zu finden und alles alles ist ja schon alles ist schon da alles ist pure liebe aber wenn du das so für dich selbst noch nicht erkannt hast dann es ist schwierig wirklich ein glückliches und auch zufriedenes leben zu führen hast du da so einen tipp wie kann man den zugang finden zur selbstliebe sich mit menschen zu umgeben die dir gut tun ja und die letzte frage so ich antworte jetzt mal ganz kurz die letzte frage ist ob du ein herzensanliegen hast was dich so bewegt was du gerne irgendwie in die welt raus geben willst wo du merkst das ist mir wichtig das geht mir am herzen das möchte ich in die welt bringen ja da fällt mir ein spruch ein den ich auch wahnsinnig schätze den ich auch richtig gut finde und zwar von hat magandhi der dann auch sagt sei du selbst die veränderung wie du dir wünschst für diese welt und dass man wirklich selber nochmal reflektiert was mache ich hier und was ist oder was ist überhaupt der sinn in meinem leben oder welchen sinn gebe ich dem leben jetzt und da soll jeder für sich selber die antwort finden und ja da kann man sagen einfach dem herzen folgen genau das ist mir wichtig ja nicht weil die gesellschaft irgendwas von dir erwartet sondern was du denn gerne möchtest und was du auch gerne in die welt hinaustragen möchtest das war's ich danke dir sehr für deine schönen antworten und dass du das hier mit mir ausgehalten hast mit dem paradies ich danke dir auch dass du gefragt hast ja ich fand es jetzt voll voll ist mir das wort vorhanden gekommen sag einfach schön voll schön voll schön ich fand es bereichernd es war so ein schönes geschenk also ich merke immer wieder ich habe jetzt schon einige interviews geführt und es ist immer so bereichernd irgendwie diese antworten und jeder sagt manche sachen ähneln sich manche sind ganz unterschiedlich finde ich voll spannend ja so wie du gesagt hast jeder mensch hat so eine eigene geschichte und deswegen auch ganz eigene antworten also ich liebe es einfach so mich zu unterhalten und diese lesenswege so zu hören also voll schön deswegen auch die fünf fragen deswegen die fünf fragen ja finde ich auch schön dass du das machst danke also mach weiter so ja danke dir viele inspirierende gespräche dann auch danke genau ja super schön danke also dann wir werden uns jetzt hier mal umarmen genau also wir gehen jetzt zurück zu den anderen und ähm ja genießen auch die Zeit oder genießen die Zeit hier mit den anderen genau und vielleicht bis bald genau vielleicht kommt ihr auch mal vorbei geschickt ja mittlerweile potlucks an vielen Orten ja und ja also dann bis zum nächsten mal schaltet gerne wieder ein und danke fürs zuschauen alles liebe für euch tschüss 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 Vielen Dank.